Hi Leute, mein Name ist Sebi, wie geht's euch? Oh nein, oh nein! Heute habe ich für euch etwas, was ich dieses Jahr zum allerersten Mal mache. Hey, willst du mich verarschen, Mann? Das ist ein Ort, an den ich gehen musste, weil ich einige Dinge aufgebraucht habe. Was ist denn das für ein Scheiß hier, Mann? Andere Dinge neu entdeckt habe und mir kaufen wollte und andere von Freunden und von euch unter anderem empfohlen worden sind. Deswegen, und ihr könnt es wahrscheinlich schon am Titel lesen, habe ich heute meinen allerersten DM-Horse für 2015. Jungs, ich hab keinen Bock mehr! Ich sehe immer anhand eures Feedbacks, dass ihr immer wieder sagt, Sammy, wir lieben DM-Horse und wir lieben es, wenn du uns einfach mal zeigst, was du so gekauft hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Einkaufsliste ist größer als mein Kopf und das spricht für sich. Irgendwas hat dieser Laden, dass man dort drin sich irgendwie verliert und plötzlich einfach auf der Suche nach neuen Entdeckungen ist. Was da passiert mir weiter, dass ihr alle